In den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News sprechen wir über zwei neue Mintos-Anleihen mit bis zu 12,5% Rendite. Wir schauen auf die aktuellen Updates zu den Rückholungen. Dann geht es noch um den Rückkauf der kasachischen Kredite auf Robocash. Zuletzt hohe Anmeldezahlen bei Bondora und eine neue Märchenstunde bei Lendermarket. Und wir fangen an mit Mintos. Ja, man dachte schon fast, dass das Thema Anleihen eingeschlafen sei. Gab es doch in diesem Jahr noch nicht eine einzige bis jetzt. Denn in der letzten Woche gingen gleich zwei online und wie könnte es anders sein von bereits auf der Plattform befindlichen Kreditgebern. Zum einen gab es eine 5-Jahres-Jute-Anleihe mit einem Coupon von 11%. Da diese jedoch von Mintos zu einem Discount eingekauft wurde, ist die Verfallrendite deutlich höher und liegt bei 12,488% bei halbjährlicher Zinszahlung. Zum anderen gab es eine 3-Jahres-ID-Finance-Anleihe mit einem Coupon von 9,5%. Aber auch hier ist die Verfallrendite höher und liegt bei 11,476%. Die Zinsen fließen hier jedoch vierteljährlich. Die Jute-Anleihe, die habe ich selbst gekauft. Die ID-Finance-Anleihe, die plane ich heute einzukaufen. Das Geld ist schon auf dem Weg. Für Leute, die Cashtrack auf dem Mintos haben und die weiter Zinsen größer 10% möchten, sind die Mintos-Bonds weiterhin ein spannendes Thema. Bitte beachtet, dass ihr beide Anleihen bis zum Verfallstag halten müsst, um die höhere Rendite zu erhalten, oder aber ihr verkauft sie mit einem Aufschlag auf dem Sekundärmarkt. Dann kamen in der letzten Woche auch wieder die monatlichen Updates zu den Rückholungen auf Mintos. Viel Positives zu berichten gibt es allerdings diesmal nicht. Vor allem nicht bei den ganz großen Fällen. Wenig überraschend verzögert WoWo die Aufnahme des Prozesses, da sie in Anführungsstrichen Bedenkzeit für ihre Antwort auf die Klage brauchen. Das wird jetzt wahrscheinlich jahrelang so weitergehen und WoWo wird Mintos Steine in den Weg legen, wo es nur geht. Hier werden wir jetzt einfach Geduld mitbringen müssen. Auch bei Quico ist nichts passiert. Mintos hat aber bereits schon angekündigt, dass die Umsetzung der wohl schon getroffenen Vereinbarung einige Monate dauern wird. Dafür gab es aber bei einem anderen russischen Unternehmen Fortschritte, nämlich Dozaplati, wo immerhin auch 5 Millionen Euro ausstehen. Hier hat man bereits damit begonnen, die Genehmigung der Banken einzuholen, um die Gelder vom Portfolioverkauf durchzulassen. Genaue Details kennen wir zu beiden Deals immer noch nicht, aber laut Mintos können Anleger wohl zwischen 50 und 75% Rückzahlung rechnen. Beim Thema Rückholung gab es in meinem Portfolio seit Dezember keine Bewegung mehr und ich wünsche mir, dass 2024 endlich einiges vom Tisch kommt. Wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Dann hat in der letzten Woche die kroatische P2P-Plattform RoboCash recht überraschend alle Kredite ihres Kreditgebers Erzeriger Kasachstan inklusive Zinsen zurückgekauft. In der Community wurde das recht negativ wahrgenommen, da die Plattform ohnehin schon unter CashTrack leidet. Jedoch ist so eine Aktion vor allem ein Zeichen, dass Teile des Unternehmens nicht auf eine externe Finanzierung durch uns angewiesen sind, was im Grunde eigentlich positiv ist, wenn auch vielleicht nicht am Ende für uns. So kritisch wie die Situation scheint, ist sie jedoch nicht, denn RoboCash läuft seit Monaten auf höchstem Niveau, was das monatliche Kreditvermittlungsvolumen angeht. Die Finanzierung in Kasachstan ist zudem im Verhältnis zum Gesamtportfolio von RoboCash unerheblich und betrug laut eigenen Statistiken zuletzt lediglich 3,8%. Der Großteil der Finanzierung liegt immer noch in Asien über den Kreditgeber Erzeriger Singapur. In meinem eigenen Portfolio war nur ein einziger Kredit betroffen und zuletzt hatte ich keinerlei CashTrack auf der Plattform. Ich halte die Sorge vor weiter erhöhtem CashTrack daher für weitestgehend unbegründet, sofern man denn bereit ist, in alle Kredite zu investieren. Dann geht es weiter mit Bondora, der noch immer größten P2P-Plattform in meinem Portfolio und die hatten zuletzt mit technischen Problemen und sinkenden Anmeldezahlen zu kämpfen. In den letzten Tagen lese ich aber kaum noch Beschwerden über die Technik und diverse Probleme wurden wohl endlich bereinigt. In den neu aufgelegten Statistiken der Plattform wird nun zudem von hohen Anmeldezahlen berichtet. So kamen im Januar und Februar zusammen über 4000 neue Investoren auf die Plattform. Mit einem Grund dafür dürfte die Geburtstagsaktion sein, wo man bis zum 21. März 16.000 Euro einzahlen konnte. Damit saugte die Plattform in den beiden Monaten über 45 Millionen Euro Kapital ein, konnte aber gleichzeitig nur 28 Millionen an neuen Krediten ausgeben. Wie dem auch sei, Bondora scheint eine kleine Schwächephase überstanden zu haben und zieht wieder neue Anleger an wie ein Schwamm. Mitte des Jahres wird zudem sehr wahrscheinlich der Einlagenzins in Europa wieder in den Sinkflug übergehen, was Produkte wie Bondora Gold & Grow wieder attraktiver machen wird. Ich gehe davon aus, dass das der Plattform weiteren Auftrieb geben wird. Dann kommen wir noch zur diskussionswürdigsten Plattform der letzten Monate, nämlich Ländermarket. Und die brachten zuletzt wieder einen wertlosen Blogartikel heraus. Und wenn es nach dieser Märchenstunde geht, dann hat CreditStar im Hintergrund bereits mehr als 30% der ausstehenden Zahlungen beglichen. Inklusive der Verspätungszinsen von 18%, womit sie Investoren bei der Stange halten. Wie immer ist keine Information mit stichhaltigen Beweisen hinterlegt und basiert rein auf dem Vertrauen der Investoren gegenüber Ländermarket, sofern da noch etwas übrig ist. Tatsächlich jedoch sieht man wohl auf vielen Anlegerkonten Bewegung, was definitiv ein gutes Zeichen ist. Meine Vermutung, dass CreditStar wie immer zahlen wird, nur eben halt später, ist damit weiter intakt. Dennoch halte ich Ländermarket in seiner jetzigen Form verbrannt und in der Zukunft für nicht mehr investierbar. Aktuell wird die Plattform nur noch zur Finanzierung von CreditStar-Krediten genutzt. Externe Listings, die gibt es gar nicht mehr. Und von der ECSP-Lizenz hört man auch nichts mehr. Hierzu kann sich jetzt jeder Investor seinen Teil denken. Und von der ECSP-Lizenz hört man auch nichts mehr. Und von der ECSP-Lizenz hört man auch nichts mehr. Und von der ECSP-Lizenz hört man auch nichts mehr. Und von der ECSP-Lizenz hört man auch nichts mehr. Vielen Dank.